Hey, Internet und YouTube, zurück bei Walking Dead. Ich habe bewirktet, die Psychos haben irgendwas versperrt, ich untersuche das Schloss. Hey, Lee, du wirst, wie ein Loch schicken, nicht wahr? Nein, warum würdest du das sagen? Well, du bist, du weißt, urban? Oh, du sagst nicht, was ich denke, du sagst. Jesus, Mann, ich bin von Florida. Verrückte Scheiße, die manchmal rauskommt aus meinem Kopf. Sorry. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver, you got no idea. Hey, do me a favor, don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem, right away, Doc. Okay, okay, okay. Distract Andy to get him out of the pond. Ich muss das jetzt machen. Das soll doch er machen, oder nicht? Okay, dann öffne ich das hier. Vielleicht jetzt? Kann ich jetzt irgendwas damit machen? Nope. Lenkt er nicht ab, warum? Ah, warte, 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 warte. Ah, Jesus Christ, was muss ich denn machen? Was muss ich machen? So, das heißt, ich muss wieder raus hier. Oh, lady man. Okay, okay, keine Panik, keine Panik jetzt. Es ist ganz einfach. Das Problem ist gleich gelöst. Was? Look. Ich zeige mir das noch an. Great. Das ist nicht so viel in der Weg der Schutzung, aber. Kannst du mir helfen? Was ist passiert, Lee? Hat etwas passiert? Was ist passiert, Lee? Wenn ich zurückgekommen bin. Er ist es, Lee. Er kommt und beginnt zu sprechen, über die Schöne zu suchen, und dass diese Leute etwas schütteln. Wie ich es sehe, wir müssen einfach zu essen und essen gehen. Aber ich denke, dass dein Freund da oben da hat eine andere Agenda. Ich gehe nachdenken. Begült dich, Lee. Okay. Ken ist es, ich nicht. Das heißt, du stehst ein bisschen auf mich. Kann ich nicht verstehen. Okay, was kann ich denn machen? Look at Cornfield, look at the Helfar. Ja, das... Okay, sorry. Irgendwas mit dem Ding hier, oder? Geht nix. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Hey, Dreck. Vielleicht zeige ich ihm der Postloper da und hat was gebracht. Vielleicht gehe ich dir die Post nachsehen. Upsi. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Ist er jetzt wieder zurück? Wo ist er denn hin? Hätte ich das Feuer aufmachen sollen und während dem... Ach, tschüss. Was weiß ich. Use it! Be a man! Ah, okay. Okay, 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 okay. Okay, use it. Okay, use it. Aber er ging doch raus. Jesus Christ. Wo war das drinnen? Ja, hier nicht. Okay, back, 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 backity, back. Ich weiß, ich brauche einen Screwdriver. Sieht mir nicht danach aus, dass es hier war, natürlich. Wo war denn das? Hier? Hier muss doch irgendwas drin sein jetzt. Magic. Ich kann nichts benutzen. Okay, das ist es auch nicht. Was mich interessiert... Na, das interessiert mich weniger. Oh Gott, ich brauche 50 Bart, bis ich hier vertrauske. Okay, los mal. Okay, er kommt raus mit dem Dreck. Und die Frage ist... Wie zum Henker. Ich kann es hier nicht aufmachen. Hier hinten ist es eine Werkzeugkiste. Okay, hier hinten ist eine Werkzeugkiste. Aber ich kann es hier nicht aufmachen. Use Toolbox. Okay. Ich kann es hier nicht aufmachen. Okay, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Multi-Tool ist super. Ich werde das für einen Moment abholen. Soll ich es jetzt nochmal probieren? Das ergibt aber auch keinen Sinn, oder? Genau. Exactly. Oder ich gebe es ihm. Dann muss ich nochmal raus. Er wird sich nicht verarscht, oder? Hätte ich was anderes nehmen können, ne? Use Bar. Okay. Dann gebe ich dir das jetzt, Kenny, oder? Ich muss hier raus, diesen blöden Button zum zehnten Mal klicken. Ja, aber der wird mich jetzt nicht lassen. Oh! Okay, ich habe was gefunden, aber ich kann es noch immer nicht. Okay. Du? Gehst mir nur auf den Nerv. Hier ist die Kuh. Ende. Das kann es aber auch nicht gewesen sein. Was kannst du denn? Hä? Okay. Let's do this. Falsse Alarm. I'm back. Hahaha. Shit. Gott. Dir kann ich es nicht geben. Du kommst nicht raus. Hier geht mir alle auf den Sack. Dann muss ich noch etwas tun. Dann muss ich noch etwas tun. Das ist ein bisschen witzig. Das ist ein bisschen witzig. Okay, warte, wo war denn noch irgendwas? Irgendwas mit Empty? Hier nicht, okay, hier nicht. Ich brauch irgendwas, wo er länger beschäftigt ist mit diesem Drecks-Thing. Ah, Jesus Christ. Das funktioniert auch nicht mit, Jesus Christ, der Gott. Okay, nur keine Panik. Ich hab das in null Komma nix gelöst. Vielleicht kann ich das irgendwie komplett abschrauben. Was ist da? Denk nicht an die Vergangenheit, Lee. Denk an... Streichelt er gerade seine Waffe? Was ist das? Glad I got to use her today. My girl here. What the fuck. Just kinda creepy. Oh, Danny noticed yourself... Ich bin schwer. Hey, Mama. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. How's Mark doing in that? Best patient I ever had. All my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Your boy's nuts. Before she died, we met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. The sweet sound of... So. Werde ich dieses Ding hier jemals lösen. That's a question. Gascans. Hier noch irgendwas machen mit denen. Was mit dem Generator? Aber Kenny macht das drinnen nicht. The gas keeps the generators going and the generators keep the fence going. Ähm, das wissen wir. Hm. It doesn't look very safe, but I guess that's the point. Aber ich kann hier nichts abschnippeln mit dem Ding hier. Okay, wunderbar. Hier kann ich nur ein und raus schalten. Und wups, die Doodle... sitzt da wieder drinnen. Der Plan wurde eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, Mark und ich waren glücklich, dass wir dieses Ding nicht bemerken konnten, als es auf kam. Ich kann es auch nicht herumschneiden. Die blöde Säge. Hier ist das, das und das. I don't know. Derzeit. I don't know. I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Absolut. Nochmal ausschalten wäre ein bisschen langweilig. Oh, God. I'm sorry. Hier gibt's nur die fucking Hey-Dinger. Nochmal rein. I'm back again. Hello. Is everything alright? Hier war ich drin. Hier. War nix, okay. Irgendwo war ja... Irgendwo war da noch irgendwas, oder? Irgendwo war da noch irgendwas, oder? Irgendwo war da noch irgendwas, oder? Mit diesen Boxen vielleicht... Mit diesen Boxen vielleicht... Nee, damit war auch nix. Warum nimmst du das Ding nicht und machst es auf? Das wäre die einfachste Methode, du Idiot. Ja, ich... Kann aber mit dem Multitool nichts machen. Ich hatte keine Anzeige für den Multitool, Mann. Oh Mann... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich konnte nur ein- und ausschalten. Ich bekam keine Anzeige. Was soll ich denn machen? Oh. Oh, I'm sorry. Das ist was anderes. There you go. Ow, dammit! The thing is moving fast. Ow, dammit! The thing is moving fast. There, that should do it. I thought sobald ich den Knopf kriege... ...a piece of animation. Oh, fucking thing through a belt. Damn it! Oh, son of a fuck! Oh, this takes forever. Viel Spaß! Jesus Christ, kann ich jetzt endlich rein hier? 22 Minuten! Nur weil ich einen Klick übersehen habe. Oh, mein Gott! Die Internet flippt aus! Was? Ich hatte es von Anfang an. Eigentlich. So! Lass mich das machen, Kenny! Und zwar im nächsten Part. Öffnen wir endlich die Türe. Jesus Christ. Ja. Will ich den nächsten Part? Jetzt kommt die Sequenz. Vielen Dank. Mom! Dad! Dinner time! It's dinner time! Oh, shut up, Kenny! Let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, Honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off! Alright, ja, jetzt sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut! Tschüss!